Freunde, euer Erfolg bringt Glück und Frieden in euer Zuhause. Immer lächeln, glücklich sein und gesund bleiben. Schenkt euch die größten Freuden im Leben und macht euch zum glücklichsten Menschen der Welt. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen werde, enthält das Wissen der ganzen Welt und Lösungen für alle Probleme. Bitte seht euch diese Geschichte bis zum Ende an. Vor langer Zeit lebte in einer kleinen Stadt ein sehr reicher Händler. Dieser wohlhabende Händler hatte alles, was man sich wünschen konnte. In seinem Leben mangelte es an nichts. Er hatte großen Erfolg in seinem Leben erreicht und viele Errungenschaften vorzuweisen. Er ging auch in die nahegelegene Stadt, um Geschäfte zu machen und war sich sicher, auch dort Erfolg zu finden. Er hat niemals in seinem Leben Niederlagen erlebt. Sein Geschäft blühte und er folgte vier wichtigen Prinzipien, die ihm sein Vater beigebracht hatte. Er hielt sich gewissenhaft an diese Prinzipien, die sein Leben sehr erfolgreich machten. In jeder Hinsicht war er erfolgreich im Leben. Mit der Zeit wurde der wohlhabende Händler älter. Er begann zu spüren, dass sein Tod näher rückte. Er wusste, dass sein Sohn sehr unschuldig und einfühlsam war. Er war sehr naiv und verstand die Wege der Welt noch nicht. Deshalb rief er seinen Sohn zu sich und sagte, Sohn, von meinem Vater habe ich vier Dinge gelernt und ich habe diese Prinzipien mein ganzes Leben lang befolgt. Dank dieser Prinzipien bin ich heute erfolgreich in meinem Leben und führe ein glückliches und wohlhabendes Leben. Es ist wegen dieser Prinzipien, dass ich so zufrieden und reich bin. Ich habe niemals an einer Krankheit gelitten und hatte niemals einen Mangel an Reichtum. Du siehst, dass ich der reichste Mensch in dieser Stadt bin, aber heute bin ich zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin glücklich, aber ich möchte, dass du noch weiter herausragst, mehr verdienst, mehr Reichtum erwirbst, dich einen Namen machst, denn unsere Zeiten waren anders und deine kommende Zeit ist völlig anders. Nachdem er dies gesagt hatte, begann der wohlhabende Mann, seinem Sohn vier wesentliche Prinzipien zu vermitteln. Er sagte, Sohn, das erste ist, im Schatten zu arbeiten und im Schatten zurückzukehren. Das zweite ist, eine Lederwand um dein Zuhause zu haben. Das dritte ist, das Essen immer vor dem Essen süß zu machen. Und das vierte ist, deine Frau immer festzuhalten. Nachdem er dies gesagt hatte, war der wohlhabende Mann jetzt beruhigt. Er wusste, dass sein Sohn sehr unschuldig war und seinen Vater sicherlich befolgen würde und diese vier Prinzipien in sein Leben integrieren würde. Monate vergingen, in denen er ihnen fleißig folgte, und eines Tages starb der wohlhabende Mann. Nach dem Tod seines Vaters schrieb der Sohn des wohlhabenden Mannes diese vier Prinzipien auf ein Stück Papier, um sicherzustellen, dass er sie nicht vergessen würde. Er begann, diese Prinzipien in seinem Leben umzusetzen und folgte ihnen aufrichtig. Das erste, was sein Vater ihm gesagt hatte, war, im Schatten zu arbeiten und im Schatten zurückzukehren. Also stellte er ein Zelt von seinem Zuhause zu seinem Laden entlang des gesamten Weges auf, weil er genug Geld hatte und niemand konnte ihn aufhalten. Wenn ihn jemand fragte, warum er das tat, sagte er einfach, Mein Vater hat mir geraten, dies zu tun. Danach folgte er dem nächsten Ratschlag seines Vaters. Er errichtete eine Lederwand auf beiden Seiten seines Hauses. Als die Menschen um ihn herum dies sahen, wurden sie sehr wütend. Sie konfrontierten ihn und fragten, Er hatte so viel Geld, dass niemand seine Pläne stören konnte. Die Leute konnten ihm aufgrund seines Reichtums nicht lange widersprechen und er war entschlossen, den Ratschlag seines Vaters mit ganzem Herzen zu befolgen. Der dritte Ratschlag seines Vaters betraf das Süßmachen von Mahlzeiten. Er pflegte in jeder Mahlzeit, die er mit seiner Frau teilte, etwas Süßes einzufügen, sei es Obst, Pudding oder Nachtisch. Er folgte diesem Ratschlag immer, und sein Vater hatte ihm das vierte gesagt, nämlich seine Frau immer festzuhalten, weshalb er seine Frau jeden Tag mit einem Seil fesselte. Jedoch, als er weiterhin den Ratschlag seines Vaters wortwörtlich befolgte, begann sein Leben langsam zu verfallen. Sein erfolgreiches Geschäft begann zu schrumpfen, weil er den Ratschlag seines Vaters missverstanden und auf die falsche Weise befolgt hatte. Im Laufe der Zeit nahm die Anzahl der Kunden in seinem Laden ab, weil er seinen Laden nach Belieben ohne Konsistenz öffnete und schloss. Das ständige Festhalten seiner Frau gemäß dem Ratschlag seines Vaters führte dazu, dass seine Ehe verfiel. Er missverstand die Anweisungen seines Vaters, was Probleme in seiner Beziehung verursachte. Darüber hinaus begann sein einst blühendes Geschäft rapide zu schrumpfen. Seine unvorhersehbare Öffnung und Schließung des Ladens basierend auf seiner Laune führte zu einem Rückgang der Kundenanzahl. Er war nicht seinem Vaters Geschäft gewidmet, und infolgedessen begannen alle seine Kunden wütend auf ihn zu werden. Einer nach dem anderen verließen alle Kunden den Laden aufgrund dessen, und sein gesamtes Geschäft kam zum Stillstand, das sein Vater unermüdlich aufgebaut hatte. Er hatte das Geschäft innerhalb von nur wenigen Monaten völlig ruiniert. Nun war sein Geschäft erheblich gesunken, was ihn sehr bekümmerte. Er war ständig besorgt, und infolgedessen hatte er eine Lederwand um sein Haus errichtet. Aufgrund dessen hatte sich ein unangenehmer Geruch verbreitet. Folglich verließen alle, die früher um ihn herum lebten, ihre Häuser und fanden einen anderen Ort zum Leben aufgrund des starken Geruchs des Leders. Niemand besuchte sein Haus mehr. Nicht einmal seine Freunde und Verwandten wagten es einzutreten. Er versuchte auf verschiedene Weisen seine Frau zu überzeugen, aber sie stimmte nicht zu. Warum sollte eine Frau B.I. einem Mann bleiben wollen, der sie unvernünftig festhält? Im Laufe der Zeit war das gesamte Leben des Sohnes des Händlers ruiniert worden. Er hatte weder ein Geschäft noch Reichtum. Seine Frau oder sogar die Verwandten, die sich früher um ihn herum aufgehalten hatten, waren fort. Darüber hinaus war seine Gesundheit nicht gut, was ihn sehr besorgte und bekümmerte. Er war von all diesen Dingen extrem geplagt, konnte nicht verstehen, was passierte und warum. Er gab seinem Vater still für all diese Angelegenheiten die Schuld. Vater, du hast mein ganzes Leben wegen dieser vier Dinge ruiniert, die du mir gesagt hast. Heute habe ich alles verloren. Ich habe weder ein Geschäft noch Reichtum, keine Verwandten, keine Frau. Selbst meine Gesundheit hat mich verlassen. Das alles ist wegen dir, das mein ganzes Leben im Trümmern geht. Wie ein gehorsamer Sohn habe ich all deinen Worten geglaubt, ihnen vertraut und sie treu befolgt. Aber ich war ein Narr, deine Worte blind zu vertrauen, sagte er. Damit brach er in Tränen aus. Es war dann, dass er von einem Guru erfuhr, der in die nahegelegene Stadt gekommen war und dafür bekannt war, die Probleme der Menschen zu lösen, ganz gleich, wie komplex sie waren. Er hatte eine Lösung dafür. Als er das hörte, dachte er, lass mich ihn treffen. Vielleicht kann ich auch eine Lösung für meine Probleme finden. Mit dieser Hoffnung erreichte er das Haus des Gurus. Dort fiel er vor den Füßen des Gurus, flehte und weinte laut. Er sagte, Guru, nur du kannst mich jetzt retten. Mein Vater hat mein ganzes Leben ruiniert. Meine aktuelle Situation ist all das wegen ihm. Ich habe genau das getan, was er mir gesagt hat. Immer wie ein guter Sohn habe ich all ihre Anweisungen befolgt, all meine Verantwortlichkeiten erfüllt. Und sieh, was mein Vater mir angetan hat. Selbst nach seinem Tod hat er mir falsche Dinge beigebracht. Und jetzt zahle ich den Preis, weil ich all seine Lehren in mein Leben integriert habe. Ich habe sie befolgt und sieh, was aus mir geworden ist. Mein ganzes Leben ist ruiniert. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum mein Vater das getan hat. Habe ich ihm etwas falsch gemacht? Mit diesen Worten fuhr er fort, laut vor dem heiligen Mann zu weinen. Dann sagte der heilige Weise zu dem Sohn des Händlers, Sohn, beruhige dich zuerst und erzähle mir alles. Was ist genau mit dir passiert? Warum weinst du so? Was ist die Ursache deines Kummers? Der Sohn des Händlers übergab dann dem heiligen Mann einen Brief, den er nach dem Tod seines Vaters geschrieben hatte. Er hatte die vier Dinge aufgeschrieben, die sein Vater ihm gesagt hatte. Der heilige Mann nahm den Brief, begann ihn zu lesen, und als er ihn gelesen hatte, brach er in lautes Gelächter aus. Er sagte zum Sohn des Kaufmanns, Wie törig du bist! Dein Vater hat dir die Weisheit der Welt übertragen, aber du konntest sie nicht verstehen. Du konntest seiner Anleitung nicht richtig folgen und behauptetest, dass dein Vater dich auf den falschen Weg geführt hat. Dein Vater hat getestet, ob du seine Worte verstehen könntest oder nicht. Wenn sie gewollt hätten, hätten sie dir die Bedeutung klar erklären können, aber sie wollten, dass du die Bedeutung selbst herausfindest, die Bedeutung selbst verstehst. Aber jetzt scheint es, als wäre deine Intelligenz völlig verdorben. Jemand, der so viel Wissen über die Welt besitzt, wie kann er eine solche tiefe Dummheit zeigen? Du hast kein Wissen. Du hast überhaupt kein Wissen erlangt. Wenn du die wahre Bedeutung dieser Dinge verstanden hättest, wärst du so erfolgreich und glücklich in deinem Leben wie dein Vater gewesen. Du hast nicht einmal über die Bedeutung dieser Worte nachgedacht. Du hast angefangen, genau das zu tun, was er gesagt hat. Daraufhin sagt der Sohn des wohlhabenden Kaufmanns, Oh, Guru, was versuchst du zu sagen? Verstehe ich den Reichtum meines Vaters nicht richtig? Und ist es nicht wert, sie zu verstehen? Er hat alles klar erklärt und genauso in meinem Leben umgesetzt. Also, was habe ich falsch gemacht? Nachdem er das gehört hatte, lächelte der Guru erneut und sagte zum Sohn des Kaufmanns, Hinter diesen Worten steckt eine tiefe Bedeutung, die du nicht erfassen konntest, und deshalb hast du sie missverstanden, und deshalb hast du dein ganzes Leben ruiniert. Aber selbst jetzt ist es nicht zu spät. Wenn du möchtest, kannst du von nun an hart arbeiten und wieder Glück und Wohlstand in deinem Leben erlangen. Daraufhin sagt der Sohn des Kaufmanns, Gut, bitte erkläre mir die Bedeutung dieser vier Dinge. Was ist schließlich die Bedeutung dieser vier Dinge? Als Antwort erzählt der Guru dem Sohn des Kaufmanns, Dein Vater hat dir geraten, zur Arbeit zu gehen, wenn es Schatten gibt, und zurückzukehren, wenn es Schatten gibt. Das bedeutet, dass du in deinen Laden kommst, bevor die Sonne aufgeht, und gehst, nachdem die Sonne untergegangen ist. Auf diese Weise hast du mehr Zeit im Laden, verstehst die Arbeit besser, führst sie effektiver aus und machst Fortschritte. Du hast es jedoch missverstanden und ein Zelt von deinem Zuhause zum Laden aufgestellt, damit du im Schatten kommen und im Schatten gehen kannst. Jetzt sag mir, hast du die richtige Bedeutung der Worte deines Vaters verstanden? Nachdem er das gehört hatte, fing der Sohn des Kaufmanns laut an zu weinen und sagte, Oh Guruji, es war mein eigener Fehler. Ich habe die Worte meines Vaters missverstanden und deshalb bin ich heute völlig ruiniert. Ich war der größte Narr. Mein Vater hatte mir so wertvolles Wissen gegeben, aber ich hielt es für bloßen Unsinn. Der Sohn des Kaufmanns fragte dann den Guru nach dem zweiten Ratschlag und seiner Bedeutung. Weiter erklärend, sagt der Guru, eine Ledermauer zu errichten bedeutet, dass wenn du einen Hund oder eine Katze in deinem Haus hältst, sie dein Zuhause von allen Seiten schützen werden. Dadurch bleibt dein Reichtum vollkommen sicher und du kannst dich auf deinen Laden konzentrieren, ohne dir Sorgen zu machen. Sorglos wirst du die Arbeit in deinem Laden verstehen und Fortschritte machen. Außerdem wirst du nie die Angst im Kopf haben, dass jemand kommen und mein Eigentum stehlen könnte. Die eigentliche Bedeutung, eine Ledermauer zu errichten, ist diese, aber du hast den Ratschlag zur Errichtung einer Ledermauer völlig missverstanden. Der Guru erklärt weiter den dritten Ratschlag. Dass Essen süß machen bedeutet, dass du deine Gäste und Kunden herzlich und freundlich behandeln solltest. Indem du gastfreundlich bist und sie gut bedienst, schaffst du eine freundliche und einladende Atmosphäre in deinem Laden. Das wird mehr Kunden anziehen und dein Geschäft wird gedeihen. Du hast es jedoch anders interpretiert, indem du tatsächlich versucht hast, dein Essen süß schmecken zu lassen, was zum Niedergang deines Geschäfts geführt hat. Ja, auch diesen Ratschlag hast du missverstanden. Essen süß machen bedeutet nicht, Zucker oder Süßstoffe zu den Mahlzeiten hinzuzufügen. Es bedeutet, deine Mahlzeiten pünktlich zu essen, wenn du hungrig bist, weder vorher noch nachher. Andernfalls, wenn du isst, wenn du nicht hungrig bist und Essen leicht verfügbar ist, wirst du seinen Wert nicht schätzen, egal wie lecker das Essen auch sein mag. Du wirst es nicht wirklich genießen. Das Überessen und das Nichtbefolgen des richtigen Zeitpunkts für Mahlzeiten haben dazu geführt, dass du auch diesen Aspekt des Ratschlags deines Vaters missverstanden hast, was zu Gesundheitsproblemen und übermäßiger Gewichtszunahme geführt hat. Das Essen, wenn man nicht hungrig isst, kann sehr schädlich sein. Das war dein dritter Fehler, der Grund, warum dein ganzes Leben ruiniert wurde. Der Sohn des Kaufmanns fragt dann nach dem vierten Punkt. Der vierte Punkt ist völlig klar. Seine Frau immer festzuhalten, hat auch eine andere Bedeutung. Habe ich auch hier eine falsche Bedeutung herausgelesen? Der Guru antwortet darauf. Ja, Sohn. Seine Frau immer festzuhalten bedeutet nicht, dass du sie jeden Tag mit einem Seil festbinden sollst. Stattdessen bedeutet es, dass du in Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten mit deiner Frau niemals die Hand erheben sollst. Solange eine Frau an ihren Ehemann gebunden ist, engagiert sie sich zutiefst in ihren Beziehungen und setzt sich mit voller Hingabe dafür ein, sie vollständig zu erfüllen. Und in solchen Zeiten, wenn es Meinungsverschiedenheiten oder Fehler zwischen euch gibt und wenn du diese Frau nicht loslässt, wird sie nie von dir gehen. Das bedeutet jedoch auch nicht, dass du deine Frau missbrauchen sollst. Was deine Ältesten hier vermitteln wollten, ist, dass jeder, der in irgendeiner Beziehung mit dir verbunden ist, mit Respekt und Freundlichkeit behandelt werden sollte. Binde sie innerhalb deiner Beziehung so, dass sie dir, selbst nach Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten, keinen Schaden zufügen kann. Sie sollte dir nichts Böses antun oder dich ausnutzen können. Halte deine Beziehungen immer fest. Lass sie nicht offen, sonst werden sie dir aus den Händen gleiten. Die meisten von uns machen diese Fehler in unserem Leben und geben unseren Beziehungen nie Zeit. Deshalb wird ihre Bindung nicht starten. Das ist der Grund, warum sie schließlich die Hände von der Beziehung gelassen haben. Du hast denselben Fehler gemacht, indem du deine Frau festgehalten hast. Also wie könnte sie dir vergeben? Deshalb hat sie dich für das, was du ihr angetan hast, verlassen. Was du mit deiner Frau gemacht hast, ist unverzeihlich, aber du solltest dich bei deiner Frau entschuldigen, weil du im Unrecht warst. Also geh und entschuldige dich bei deiner Frau und bringe sie nach Hause. Das waren die vier Dinge, die dein Vater dir erklären wollte, aber du hast all diese Dinge missverstanden. Und deshalb bist du völlig ruiniert. Dennoch hast du immer noch viel Zeit. Wenn du all diese Dinge richtig befolgst, kannst du alles, was du in deinem Leben verloren hast, wiedererlangen. Dies sind die Lösungen für alle Probleme in unserem Leben. Du kannst sie auf jede Weise sehen. Wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du hart arbeiten. Du musst dein Zuhause verlassen, bevor die Sonne aufgeht und immer nach Sonnenuntergang nach Hause zurückkehren, damit niemand deinen Reichtum von dir stehlen kann. Du musst deine Beziehungen so binden, dass sie dich nicht belästigen. Lass Ärger nicht zu dir kommen. Lass niemanden von dir profitieren und esse immer eine gute und gesunde Mahlzeit, wenn du hungrig bist, damit du jeden Atemzug glücklich genießen kannst und deine Beziehungen immer festhältst. Lass sie nicht offen, sonst könnten sie dir entgleiten. Und natürlich halte einen Hund oder eine Katze in deinem Haus, um die Sicherheit deines Reichtums zu gewährleisten. Nachdem er all diese Dinge in seinem Leben befolgt hatte, konnte er wieder alles erlangen, was er bisher verloren hatte, und er konnte noch größeren Fortschritt und Wohlstand erreichen. Er konnte sein Leben glücklich und erfüllt gestalten. Nach diesen Worten wurde der Weise ruhig, und der Sohn des Kaufmanns hatte auch all seine Fehler verstanden. Er ehrte den Guru und kehrte nach Hause zurück. Der Sohn des Kaufmanns, erleuchtet von der Weisheit des Gurus, kehrte mit dem neuen Verständnis der Lehren seines Vaters nach Hause zurück. Er war entschlossen, seine früheren Fehler zu korrigieren und die wahre Bedeutung der vier Prinzipien, die sein Vater ihm vermittelt hatte, zu befolgen. Zuerst änderte er seine Arbeitsgewohnheiten. Er begann, vor Sonnenaufgang in seinen Laden zu kommen und ging erst nach Sonnenuntergang. Seine Hingabe an sein Geschäft nahm zu und bald begann er, mehr Kunden anzuziehen. Sein Laden blühte wieder auf und seine finanziellen Probleme begannen zu verblassen. Als nächstes verbesserte er seine Beziehungen, nicht indem er die Menschen einschränkte, sondern indem er sie mit Respekt und Freundlichkeit behandelte. Er erkannte die Bedeutung, Verbindungen zu pflegen und starke Bindungen zu anderen aufzubauen. Sein Familienleben verbesserte sich und er versöhnte sich mit seiner Frau, die nach Hause zurückkehrte. Er führte auch einen gesünderen Lebensstil ein, in dem er nur dann aß, wenn er wirklich hungrig war, um sicherzustellen, dass er seine Gesundheit und sein angemessenes Gewicht beibehielt. Seine Gesundheitsprobleme gingen allmählich zurück und er fühlte sich energiegeladener und lebendiger. Schließlich verstand er, dass das Halten eines Hundes oder einer Katze in seinem Haus symbolisch dafür steht, seinen Reichtum und sein Eigentum zu schützen. Er traf Maßnahmen, um seine Vermögenswerte und Investitionen klug abzusichern und so seine finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Als der Sohn des Kaufmanns diese Lehren in sein Leben integrierte, begann er signifikante, positive Veränderungen zu sehen. Sein Geschäft blühte auf, seine Beziehungen gediehen und seine Gesundheit verbesserte sich. Er war zufrieden und führte ein Leben, das von Glück und Wohlstand erfüllt war. Ich hoffe, dir hat diese Geschichte gefallen und du hast daraus etwas gelernt. Du kannst deine Gedanken zur Geschichte im Kommentarfeld unten teilen. Bevor du gehst, like bitte das Video und abonniere den Kanal.